so weiter geht's mit den cobra böllern und zwar haben wir jetzt von die blasio elio die cobra mini steht darauf schwarzpulver da haben wir es wir haben auch hier wieder eine gesamte nm von 1,5 gramm macht eine gesamte pro stück so macht eine gesamte nm von 45 gramm in der gesamten packung auch hier wie man schon sieht in der verpackung sauber verarbeitet wahnsinn das ist so geil guckt euch das mal an das ist absolut sauber kein schmutz kein dreck hammer die lundfisch noch hier da kann ich rausfallen körper haben wir drei stück zünden wir schätzen sehr sehr schön auseinander auch die